Mit einer Inselanlage bist du dein eigener Herr. Du bist vollkommen unabhängig vom öffentlichen Stromnetz. Entweder, weil kein Netzanschluss vorhanden ist, oder weil du für einen Ausfall des öffentlichen Netzes vorsorgen willst. Denn stell dir vor, du sitzt im Dunkeln, kein Zugang zum Internet, Handyakku fast leer. Strom ist unverzichtbar. Doch bevor du dir eine Inselanlage anschaffst, musst du grob wissen, welche Komponenten in welcher Größe du benötigst. Nach diesem Video weißt du, wie man eine Inselanlage plant und berechnet. Für diese Anleitung brauchst du keine Vorkenntnisse. Solarstrom und Batterie sind der Kern des Systems. Eine Kleinwindanlage kommt als Option für den sonnenschwachen Winter ins Spiel. Als Extratipp werde ich dir zeigen, wie du mit einem kostenfreien Online-Tool die Solarerträge für dein Grundstück ermittelst. Mein Name ist Patrick Jöttemann. Als herstellerunabhängiger Experte zeige ich auf diesem Kanal, wie man die Selbstversorgung mit umweltfreundlicher Energie realisieren kann. Fachliche Unterstützung für dieses Video habe ich von dem Thomas Kopp bekommen. Der Thomas ist ein sehr erfahrener Ingenieur im Bereich erneuerbarer Energietechnik. Das gilt unter anderem für die Planung von Inselanlagen. Wenn du keine Videos verpassen willst, dann klicke unten auf Subscribe. Gehen wir von folgendem Beispiel aus. Max wohnt mit seiner Familie in der Nähe von Göttingen in einem Kleinhaus mit Garten. Max will für alle Fälle eine unabhängige und krisensichere Stromversorgung. Eine Inselanlage, die als separates System abgekoppelt vom öffentlichen Netz ist. Nur die wichtigsten Dinge sollen im Notfall mit Strom versorgt werden. Max will ein kleines und bezahlbares System, welches schnell aufgebaut werden kann. Sein Hauptziel, er will jederzeit die Verbindung zur Außenwelt aufrechterhalten. Internet und Mobilfunk sind dafür unverzichtbar. Das heißt, er will mit Laptop und Router eine Verbindung mit dem Internet haben. Und zweitens, er will sein Smartphone laden können, damit er jederzeit Freunde und Kollegen erreichen kann. Und zusätzlich soll eine grundlegende Beleuchtung funktionieren. Max will sich eine Inselanlage als Komplettset anschaffen. Das heißt, er stöbert in Online-Shops nach Solartechnik, Batterien und Kleinwinkraftanlagen. Er ist sich aber nicht sicher, welche Komponenten in welcher Ausführung er überhaupt braucht. Er merkt, eine gute Kaufentscheidung kann er nur mit vorheriger Planung und Berechnung der Inselanlage realisieren. Max verschafft sich zuerst einen Überblick zum System seiner autarken Stromversorgung. Photovoltaik, das heißt Solarstrom, ist als Energiequelle die Basis. Günstiger und einfacher kann man eigenen Strom nicht erzeugen. Max will versuchen, nur mit Solarstrom auszukommen. Der Solarladeregler nimmt den Gleichstrom der Photovoltaik-Module auf und regelt die Ladung in den Schutz der Batterie. Die Batterie als zentrale Komponente einer Inselanlage arbeitet ebenfalls auf Basis von Gleichstrom. Und Max will eventuell zusätzlich eine Kleinwindanlage integrieren, sofern Solarstrom im Winter nicht ausreicht. Und die Windanlage wird mit einem speziellen Windladeregler ausgeliefert, der den dreiphasigen Wechselstrom der Windanlage in Gleichstrom für die Batterie wandelt. Und übliche aus der Steckdose kommende Haushaltsstrom basiert auf Wechselstrom. Dazu muss der Gleichstrom der Batterie mit einem Wechselrichter in Wechselstrom gewandelt werden. Durch den Wechselrichter entstehen Stromverluste. An den Wechselrichter will Max zum Beispiel sein Laptop anschließen. Aber Max ist sich bewusst, dass er auch direkt Gleichstrom nutzen kann, um bestimmte Geräte mit Strom zu versorgen. Sein Handy lädt er zum Beispiel im Auto ja auch mit einem 12 Volt Gleichstromstecker auf. Der Vorteil von Gleichstromverbrauchern, keine Verluste durch den Wechselrichter. Eine Inselanlage arbeitet auf Grundlage einer spezifischen Systemspannung. Und Max hat recherchiert, dass bei Inselanlagen eine Systemspannung von 12, 24 oder 48 Volt Gleichstrom üblich ist. Aber Max hat ein kleines System mit einer Gesamtleistung der Verbraucher weit unter 1000 Watt. Und auch die Kabellänge ist sehr gering. Denn ein Einflussfaktor für die Systemspannung ist die Länge der Kabel. Mit einer höheren Spannung kann man die Ströme in den Kabeln reduzieren. Das ist bei Max nicht nötig. Alle Komponenten sind nur wenige Meter voneinander entfernt. Das heißt, wir haben bei Max ein kleines System mit kurzen Kabeln. Eine 12 Volt Systemspannung ist ausreichend. Der Vorteil von so einem 12 Volt System, Es gibt viele Geräte als Verbraucher auf dem Markt, wie zum Beispiel LED-Lampen. Bei der Planung einer Inselanlage ist der Zeitfaktor von großer Bedeutung. Wann steht Energie durch Sonne und Wind zur Verfügung? Und wann wird Energie verbraucht? Das muss man für den Tagesverlauf und Jahresverlauf betrachten. Wann wird an einem 24-Stunden-Tag Strom erzeugt? Solarstrom offensichtlich nur tagsüber. Der Wind kann dagegen am Tag und in der Nacht wehen. Und man muss sich überlegen, wann man den Strom im Tagesverlauf benötigt. Und vorteilhaft ist es, wenn man den Direktverbrauch des Sonnenstroms steigern kann. Kann ich bestimmte Geräte gezielt auch dann mal nutzen, wenn die Sonne scheint? Damit kann man die Batteriennutzung verringern. Dazu folgt später ein Beispiel. Wenn ich erstmal nur eine Photovoltaikanlage plane, dann muss diese auch im dunklen Dezember den notwendigen Strom bereitstellen. Und Max weiß, dass er bei einer reinen Solarinselanlage nicht eine Vollversorgung erwarten kann. Solar- und Climbingkraft ergänzen sich gut, denn wenn Solarstrom im Winter nicht reicht, dann kann man eine Climbinganlage dazunehmen. Zum Stromverbrauch benötigt man den Strom übers ganze Jahr oder zum Beispiel nur in der Sommerperiode. Für Max gilt, sein Grundbedarf soll übers ganze Jahr gesichert sein. Im Sommer habe ich ein Vielfaches an Solarstrom als im Winter. Deshalb muss man sich überlegen, wie man diesen Überschuss sinnvoll nutzen kann. Jetzt zu den Stromverbrauchern. Max erstellt eine Liste mit den Stromverbrauchern, die von seiner Inselanlage versorgt werden sollen. Wir haben gesagt, primär soll durch die Selbstversorgung Strom für Kommunikation und Internet bereitgestellt werden. Dazu braucht er einen Laptop. Und er schaut auf das Netzteil des Laptops. Da steht 80 Watt, also hat er schon die Leistung notiert. Und er belegt sich, dass er diesen Laptop mindestens zwei Stunden pro Tag nutzen will. Und er benötigt noch einen Internetrouter, einen mobilen Internetrouter, der bestenfalls gute Geschwindigkeit hat per LTE. Er schaut auch hier aufs Netzteil, sieht fünf Watt Leistung und sagt auch hier mindestens zwei Stunden tägliche Nutzung. Und dann will er noch sein Smartphone laden. Und er schaut hier auf das Ladegerät und sieht fünf Volt und zwei Ampere. Fünf mal zwei gibt zehn Watt. Erfahrungsgemäß lädt er das Handy alle zwei Tage auf. Das dauert dann zwei Stunden pro Ladevorgang. Und wir haben gesagt, er will ja auch eine grundlegende, eine rudimentäre Beleuchtung haben. Und da sucht er sich zwei LED-Lampen aus. Die will er aber nicht mit Wechselstrom, sondern per 12 Volt Gleichstrom versorgen, weil das effizienter ist. Eine Lampe hat eine Leistung von fünf Watt. Das heißt, zwei mal fünf ist insgesamt zehn Watt für die beiden LED-Lampen. Und er will diese Lampen mindestens fünf Stunden am Tag nutzen. Das ist dann natürlich zur dunklen Winterzeit. Hier eine Übersicht zu den Geräten, die einerseits mit Gleichstrom, andererseits mit Wechselstrom versorgt werden. Per Gleichstrom wird das Smartphone versorgt. Dafür wird er sich einen Adapter besorgen. Und auch die beiden LED-Lampen nutzen Gleichstrom. Und hier unten die Wechselstromversorgung. Laptop und Internetrouter schließt er in eine ordentliche Steckdose an, die am Wechselrichter hängt. Jetzt berechnen wir den täglichen Strombedarf in Wattstunden. Das ist einfach. Hier links in der Spalte steht das Gerät. Das heißt der Stromverbraucher, wie zum Beispiel Laptop. Dann folgt die Nennleistung in Watt. Das heißt die tägliche Betriebszeit in Stunden. Und wenn man die Nennleistung mit der Betriebszeit multipliziert, dann erhält man den Stromverbrauch in Wattstunden. Und wenn ich dann den Verbrauch aller Geräte summiere, erhalte ich einen täglichen Strombedarf von 230 Wattstunden. Im Monat sind das dann knapp 7 Kilowattstunden. Zur Batterie. Eine zentrale Entscheidung bei der Planung einer autarken Stromversorgung ist die Größe der Batterie. Doch Batterien sind noch teuer. Es gilt die Devise, so groß wie nötig, so klein wie möglich. Zunächst aber ein paar Hinweise zum Batterietyp. Bei Batterien für die Stromversorgung sind die gängigen Typen Lithiumbatterien und Bleibatterien. Lithiumbatterien haben sich in netzgekoppelten Gebäuden durchgesetzt. Bei Inselanlagen sind dagegen Bleibatterien der gängige Typ. Bei Bleibatterien selbst unterscheidet man verschiedene Typen. Praktikabel sind wartungsfreie AGM- oder Gelbatterien. Bei einer Bleibatterie sollte man nie die volle Speicherkapazität nutzen. Die Entladetiefe sollte maximal rund 50% betragen. Damit wird die Lebensdauer und Leistungsfähigkeit der Batterie erhöht. Für die Berechnung der Batteriegröße müssen wir die Autarkietage bzw. die Autonomiezeit bestimmen. Denn es gibt immer wieder Tage mit wenig Solarstrom, die von der Batterie überbrückt werden müssen. Eine Dunkelflaute dagegen, das heißt Tage mit wenig Solar- und Windenergie, gibt es selten. Man sollte mindestens mit zwei bis drei Autarkietagen rechnen. Und Max wählt für seine Inselanlage zweieinhalb Tage. Nächster Schritt ist die Berechnung der Speicherkapazität der Batterie. Hierzu nehmen wir als Grundlage die Tabelle mit den Stromverbrauchern, die wir ja schon kennen. Wir berücksichtigen die Autarkietage mit zweieinhalb Tagen. Und wir kalkulieren auch die Entladetiefe ein. Bei einer Bleibatterie sollte man nur maximal die Hälfte der Speicherkapazität nutzen. Das heißt, dass man später mit der doppelten Kapazität rechnet. Unter Berücksichtigung der Autarkietage und der maximalen Entladetiefe der Batterie kommt Max auf eine Batteriekapazität von 1150 Wattstunden. Als nächste Komponente der Inselanlage schauen wir uns kurz den Wechselrichter an. Der Batteriewechselrichter wandelt den Gleichstrom der Batterie in Wechselstrom. Der Wechselrichter muss natürlich zur Batteriespannung passen. Und ausgelegt wird der Wechselrichter auf die Gesamtleistung der AC-Verbraucher. Der Wechselrichter muss alle angeschlossenen Wechselstromverbraucher versorgen können. Also wenn man zum Beispiel zwei Geräte mit je 50 Watt Leistung versorgen will, dann muss die Leistung des Wechselrichters mindestens 100 Watt betragen. Je höher die Leistung des Wechselrichters, desto höher dessen Eigenverbrauch. Also sollte man den Wechselrichter nicht zu groß auslegen. Man sollte auch die Überlastfähigkeit prüfen, denn manche Stromverbraucher haben nach dem Einschalten für kurze Zeit eine Lastspitze, die über der Nennleistung liegt. Das muss der Wechselrichter aushalten können. Und an Wechselrichter unterscheidet man auch daran, welche Art von Stromsignal er ausgibt, zum Beispiel modifizierte oder reiner Sinus. Ein reiner Sinus entspricht der Ausgangsspannung des öffentlichen Netzes. Damit ist man auf der sicheren Seite. Für manche Geräte, wie zum Beispiel den Laptop von Max, sollte man einen reinen Sinus wählen. Jetzt zur Photovoltaik. Solarstrom steht bei der Energieproduktion an erster Stelle. Das gilt für Inselanlagen, als auch für Gebäude mit Anschluss ans Stromnetz. Photovoltaik ist günstig und kann einfach geplant werden. Max möchte wissen, welche Leistung seine Photovoltaikmodule haben müssen. Er will die Solarstrommodule auf das Flachdach seiner Garage montieren. Der Vorteil, er kann die Module aufständern und damit flexibel ausrichten. Jetzt muss Max herausfinden, was für Photovoltaikmodule er nehmen kann. Die müssen natürlich zur Systemspannung von 12 Volt passen. Es gibt für Inselanlagen spezielle 12 Volt Module, die sich von Standardmodulen unterscheiden. Off-Grid-Module haben zum Beispiel 36 Solarzellen, während Standardmodule 60 oder 72 Zellen haben. Max muss jetzt die Photovoltaikleistung in Watt bestimmen. Die Regel dazu, es muss der Tagesbedarf an Strom abgedeckt werden. In unserem Beispiel waren das 230 Wattstunden pro Tag. Und der Stromertrag ist abhängig, zum einen vom Solarpotenzial des Standorts, was ja letztendlich der Breitengrad ist, der da entscheidend ist, und auch von der Neigung und Ausrichtung der Module. Die gute Nachricht, es gibt für die Photovoltaikplanung das gratis Online-Tool PVGIS. PVGIS ist ein Online-Dienst der EU. Und wenn ich in Google PVGIS eingebe, dann komme ich hier gleich in der höchsten Position, in den Suchergebnissen, zu dem Tool. Und wenn ich dann nach unten scrolle und auf PV Performance Tool klicke, dann komme ich in den Solarenergie-Analyse-Teil. Und man kann hier sehen, dass es in diesem Bereich verschiedene Analysebereiche gibt. Für uns besonders interessant ist der Bereich Off-Grid. Aber wir werden zunächst für eine vorangehende Analyse diesen Bereich Grid Connected uns näher anschauen. Denn was wir zunächst feststellen wollen, ist die optimale Ausrichtung der Solarmodule am eigenen Standort. Das erste, was wir machen müssen, ist unseren Standort eingeben. Das heißt, wir schauen hier links unten in diesem Bereich unter Adresse und dort gebe ich jetzt einfach mal Göttingen ein, da ja der Max in der Nähe von Göttingen wohnt. Klicke auf Go und springe dann nach Göttingen. Hier rechts oben haben wir diesen Bereich Used to Rain Shadows Calculated Horizon. Das würde ich ausklicken. Es geht hier, das ist eine Horizontberechnung. Es geht hier um den Einfluss von Objekten am Horizont, die eine Verschattung ausüben können auf ein Dach. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob diese Berechnungen korrekt sind. Insofern schalte ich das aus. Diese Angaben hier im mittleren Teil können wir so stehen lassen. Und dann hier in dem Bereich Fixed Mounting Options, Mounting Position, lassen wir das auf Freestanding. Dann gibt es hier noch Building Integrated. Bei Building Integrated heißt, dass die Solarmodule die Dachhaut bilden und nicht von hinten belüftet werden. Also insofern ist Freestanding für die meisten Fälle die richtige Einstellung. Und dann folgen hier die Bezeichnungen Slope und Azimut. Es geht dabei um die Ausrichtung der Solarmodule. Zur Erläuterung bin ich in die Dokumentation von PVGIS gesprungen. Und hier kann man sehen, da geht es um Slope of Photovoltaic Modules. In dieser animierten Grafik ist ganz gut dargestellt, um was es geht. Es geht also um die Neigung. Und wenn ich nach unten scrolle, dann komme ich zu dem Bereich Azimut. Auch hier zeigt die Grafik, um was es geht. Es geht also um die Himmelsrichtung, beziehungsweise um die Abweichung von der Himmelsrichtung Süd. Ich kann hier nachlesen, dass minus 90 Grad Osten ist, 0 Grad ist exakt Süden und 90 Grad ist eine Ausrichtung nach Westen. Zurück in PVGIS schauen wir uns jetzt diese Funktion hier an, Optimize Slope und Azimut. Denn hierüber kann ich für meinen Standort die optimale Ausrichtung der Solarmodule feststellen. Wenn ich das also anklicke und dann auf Visualize Results klicke, dann wird die Analyse gefahren und ich schaue mir jetzt hier links unten diese Punkte an Slope Angle, 38 in kleinen Klammern Opt für optimal, also 38 Grad ist also die perfekte Neigung der Solarmodule und hier steht Azimut Angle, 0 Grad, also exakt Richtung Süden, was anderes hätte man nun auch nicht erwartet. Das ist die optimale Himmelsrichtung für die Solarmodule. Jetzt schauen wir uns den Off-Grid-Analysebereich an. Das heißt, wir klicken hier auf Off-Grid, dann geben wir hier unten wieder unseren Standort ein, das heißt Göttingen, klicken auf Go, werden hier oben den Calculated Horizon ausschalten. Diese Einstellung hier, Solar Radiation Database, können wir so lassen. und der Max möchte jetzt einfach mal wissen, wie viel ein 100 Watt Solarmodul oder generell 100 Watt Photovoltaikleistung an seinem Standort überhaupt an Stromertrag bringen, damit er so einen Wert hat, mit dem er anfangen kann. Also gibt er hier 100 ein für 100 Watt, dann kennt er ja seine Batteriekapazität, 1150, dann gibt er hier die Entladetiefe, maximale Entladetiefe der Batterie ein, da haben wir gesagt, dass 50 ein guter Wert ist, man kann also immer nur die, oder sollte die Hälfte der Batteriekapazität nutzen, und seinen berechtigten Tageskonsum in Wattstunden kennt er auch, das waren die 230 Watt. Und die perfekte Neigung der Solarmodule kennt er auch, das waren 38 Grad. Azimut lassen wir bei 0, das heißt Ausrichtung genau Richtung Süden. Und jetzt klicken wir hier mal auf Visualize Results. Und das Erste, was der Max macht, er schaut sich den sonnenschwächsten Monat an, und das ist der Dezember. Dann geht er mit der Maus hier rüber und sieht, dass er als Energy Output gerade mal so knapp 70 Wattstunden hat. Aber sein Zielwert ist ja 230 Wattstunden pro Tag. Das heißt, dieses 100 Watt Modul reicht nicht aus, also er braucht ungefähr das Dreifache an Solarleistung, damit er so ungefähr auf seinen Zielwert von 230 Wattstunden kommt. Max braucht mehr Photovoltaikleistung. Und er hat in einem Online-Shop gesehen, dass es Solarmodule mit 160 Watt Leistung gibt. Deshalb sagt er, okay, dann könnte ich ja zum Beispiel 260 Watt Module nehmen, das wären zusammen 320 Watt. Und gibt dann hier 320 Watt ein. Die anderen Werte kann er so stehen lassen und klickt wieder auf Visualize Results und schaut sich jetzt wieder die Ergebnisse an. Seine erste Prüfung reicht der Solarstrom im sonnenärmsten Monat Dezember und sieht, dass er so ungefähr zusammengerechnet 220 Wattstunden hat. Aber ihm fällt natürlich auf, dass dort zwei Werte stehen. Zum einen Energy Output, ungefähr 181 Wattstunden und dann noch diesen Wert Energy Not Captured mit ungefähr 40 Wattstunden. Und Energy Not Captured ist die nicht genutzte Energie, weil die Batterie voll ist. Es gibt also Zeiten, wenn die Sonne scheint und die Batterie geladen ist und deshalb keinen weiteren Sonnenstrom aufnehmen kann. Das bedeutet nicht, dass die Energie verloren ist, denn man kann diese Energie nutzen, wenn man den Stromverbrauch in die Stunden mit Sonnenschein verschieben kann. Das wird deutlicher, wenn man sich das 24-Stunden-Verbrauchsprofil vom PVGIS Off-Grid-Tool anschaut. Denn die Berechnungen des Off-Grid-Tools basieren auf diesem täglichen Verbrauchsmuster. Auf der X-Achse sehen wir die 24 Stunden des Tages und auf der Y-Achse den Stromverbrauch in Prozent. Ein Großteil des Stroms wird nachts ab 21 Uhr verbraucht, wenn im Winter die Sonne schon längst untergegangen ist. Zur Mittagszeit dagegen wird wenig Strom verbraucht. Das heißt, Max kann deutlich mehr Strom der Inselanlage nutzen, wenn er auch mal zur Mittagszeit den Laptop nutzt. Jetzt zur Jahresanalyse für 320 Watt Photovoltaik-Leistung. Dargestellt wird hier die durchschnittliche Tagesproduktion der Inselanlage in Wattstunden. Und der Zielwert war ja 230 Wattstunden. Da können wir hier sehen, dass das nur im Januar und Dezember knapp wird. Hier hilft die Nutzung des Laptops während der sonnigen Mittagsstunden. Im Sommer sieht es dagegen komplett anders aus. Im Juli wird mehr als fünfmal so viel Solarstrom erzeugt wie im Dezember. Das heißt, Max kann Laptop und Router deutlich länger nutzen als im Winter und darüber hinaus kann er den Überschussstrom für neue Geräte nutzen. Letzter Punkt beim Thema Photovoltaik ist der Solar-Laderegler. Der Laderegler ist die Verbindung zwischen Solarmodulen und Batterie. Er regelt die Ladung der Batterie. Da Max ja jetzt die Kenndaten von Solarmodulen und Batterie kennt, kann er bei einem Fachhändler nachfragen, welcher Laderegler dazu passt. Der muss natürlich zur Systemspannung passen, aber darüber hinaus muss der auch auf höhere Spannungswerte ausgelegt sein, die sich bei kalten Temperaturen ergeben können. Und natürlich muss der Laderegler auf den Strom der Solarmodule ausgelegt sein. Der Max entscheidet sich für einen sogenannten MPPT-Laderegler, der eine deutlich höhere Effizienz als ein PWM-Laderegler hat. Und wenn man Gleichstromverbraucher an den Laderegler anschließen will, dann muss der Lastausgang dafür ausgelegt sein. Das muss man also auch noch beachten. Max erkundigt sich jetzt über Kleinwindanlagen. Denn Windenergie ist die optimale Ergänzung zur Solarenergie. Mini-Windanlagen produzieren vor allem im Herbst und Winter viel Strom. Und natürlich schaut sich Max die Videos hier auf dem Kleinwindkraftkanal an und weiß deshalb, eine Kleinwindanlage wird nur dann langfristig nennenswert Strom erzeugen, wenn zwei Voraussetzungen erfüllt sind. Das erste ist die windstarke Lage. Die ist unverzichtbar. Man muss also das Windpotenzial des Aufstellungsorts prüfen. Hierzu findest du unten in der Beschreibung einen Link zu einem Video. Und das Grundstück von Max hat eine scheinbar gute Voraussetzung. Es liegt am westlichen Rand einer Siedlung. Aus Hauptwindrichtung Westen, Südwesten, hat er eine recht freie Anströmung des Windes. Ja, und die zweite wichtige Voraussetzung ist hochwertige Technik. Nur mit hochwertiger Technik wird die Anlage Stürme überleben und lange laufen. Vor allem bei kleinen Mikrowindanlagen gibt es große Qualitätsunterschiede. Mit Billigware kommt man in der Regel nicht weit. Unten in der Beschreibung ist ein Link zu einem Video, was man beim Kauf einer Kleinwindanlage alles beachten muss. Jetzt führt Max eine grobe Vorabplanung durch. Was für eine Kleinwindanlage wäre für seine Zwecke geeignet? Und da schaut er auf einer Windkarte des Deutschen Wetterdienstes nach und sieht, dass in seiner Region in 10 Meter Höhe eine mittlere Jahreswindgeschwindigkeit von ungefähr 3,5 Meter pro Sekunde realistisch ist. Das ist nicht viel, aber der Wind ist im Herbst und Winter am stärksten, im Sommer schwächer. Deshalb rechnet Max in den windstarken Monaten mit 4 Meter pro Sekunde Windstärke. Er informiert sich jetzt über Kleinwindanlagen, er schaut zum Beispiel in Shops für Segler und Bootszubehör nach und merkt, dass so eine Mikrowindanlage mit einem Meter Rotordurchmesser passen würde. Er weiß, dass die Rotorgröße entscheidend ist für die Stromerträge und da bewegen wir uns so im Leistungsbereich von 100 bis 400 Watt. Eine Kleinwindanlage kauft man immer im Paket mit einem passenden Laderegler, also in dem Fall muss das natürlich zur 12-Volt-Batterie passen. Und Max findet dann ein konkretes Mikrowindrad eines erfahrenen Herstellers, Rotor circa 1 Meter groß, Leistung beträgt ungefähr 100 Watt. Und im Datenblatt steht, dass bei einer mittleren Windgeschwindigkeit von 4 Meter pro Sekunde die Windanlage pro Tag rund 350 Wattstunden Strom erzeugt. Und Max geht mal konservativ von 300 Wattstunden pro Tag aus. Und wie gesagt, das gilt nur für die windstarken Herbst- und Wintermonate. Jetzt überlegt Max, wie eine Hybridinselanlage bestehend aus Photovoltaik und Mikrowindkraft aussehen könnte. Sein Strombedarf pro Tag war 230 Watt. Und die Mikrowindanlage alleine schafft das im Herbst und Winter, also erreicht den Zielwert. Das heißt, die Photovoltaik kann kleiner ausgelegt werden. Also er braucht nicht diese 320 Watt Solarstrom, wenn er keine Mikrowindanlage dazu hat. Und er fragt sich jetzt, reichen 100 Watt Photovoltaik aus? Max schaut deshalb im PV-GIS-Offgrid-Tool nach, so wie schon erläutert. Er gibt als Photovoltaik Leistung 100 Watt ein. Und dargestellt wird hier die durchschnittliche Tagesproduktion in Wattstunden. Der Zielwert von 230 Wattstunden pro Tag wird mit der roten Linie gekennzeichnet. Wir sehen, im Sommer wird genug Solarstrom bereitgestellt. Und natürlich wird im Sommer zusätzlich Strom durch die Windanlage generiert. Im Herbst und Winter kommen die 300 Wattstunden Windstrom dazu. Das Fazit, in allen Monaten gibt es genug Strom. Max muss jetzt eine Entscheidung treffen. Nur Solarstrom oder Solarstrom und Mikrowindanlage. Schauen wir uns die Vor- und Nachteile an. Wenn man nur Solarstrom zur Energieproduktion nimmt, dann hat man den Vorteil geringerer Kosten, da man sich die Klarminanlage spart. Und Photovoltaik ist schnell und einfach zu realisieren. Das gilt zum Beispiel für die einfache Ermittlung des Solarpotenzials. Der Nachteil, man hat nur eine Stromquelle. Die Versorgungssicherheit ist geringer. Und im Winter ist im Vergleich zum Sommer wenig Energie vorhanden. Ein autarkes Hybridsystem inklusive Kleinwindkraft hat den Vorteil von zwei Stromquellen. Denn ein Generator kann ja immer mal ausfallen. Man hat eine gleichmäßige Stromproduktion über alle Jahreszeiten. Und man kann die Batterie kleiner auslegen. Ein Nachteil liegt in den höheren Kosten, weil hochwertige Kleinwindanlagen recht teuer sind im Vergleich mit Photovoltaik. Und die Planung ist aufwendiger. Das betrifft zum Beispiel die Ermittlung des Windenergiepotenzials. Es gibt immer verschiedene Möglichkeiten, wie das autarke Energiesystem am Ende aussieht. Das Endergebnis hängt von deinen Präferenzen und natürlich auch von den finanziellen Möglichkeiten ab. Wichtig ist, dass du nicht die Katze im Sack kaufst. Das heißt, du musst wissen, welche Komponenten in welcher Größe du brauchst. Die vorgestellte Methode zur Planung einer Inselanlage hilft dir dabei. Wenn dir das Video gefallen hat, dann klicke doch bitte unten auf Like. Und wichtig, in der Beschreibung unter dem Video findest du weitere Tipps und aktuelle Hinweise. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss, euer Patrick.